Was ist eine Überraschung? Wer war's gefuckert? Ja, dann drück doch. Nee. Ah, nein! Das musst du erst mal wissen. Ja! Das war schwach von euch beiden. Okay! Ich weiß ganz genau, wer das ist. Ich. Einmal an die Hand klatschen, bitte. Wisst ihr was? Wir spielen. Hast du's schon gesagt? Ja, wir spielen Karaoke. Wir spielen Karaoke. Ihr müsst nein. Wer bin ich? Ich lese Fakten einfach vor. Sobald ihr denkt, ihr wisst, in welchem Spiel er sich handelt, haut ihr auf den Buzzer und kriegt somit einen Punkt. Mein erstes Länderspiel machte ich am 13. November 2015 gegen Frankreich. Ich habe insgesamt 79 Bundesligaspiele. In der Jugend habe ich unter anderem bei Leverkusen gespielt. Ich bin Linksfuß. Kevin Vorland. Das war schlecht. Leverkusen war ein bisschen eine Falle, muss man ehrlich sagen. Es war Leroy Sané. Ja, gut. Krieg ich trotzdem einen Punkt, weil er es falsch gesagt hat? Nee, eigentlich nicht. Sonst hätte ich es nicht gesagt. Tag wird zugemacht, ja. Wird zugemacht. Glaube ich, ne? Ja, sonst drück ich doch nicht. Na gut. Mein erstes Länderspiel machte ich am 6. Juni 2017 in Dänemark. Ich bin im Saarland aufgewachsen. Ich habe in meiner Bundesliga-Karriere noch kein Tor geschossen. Ich habe den Confed Cup gewonnen. Ich bin französischer Meister und Pokalsieger. Kevin Trapp. Kevin Trapp ist richtig. Ich habe schon bei Saarland, da haben schon die Glocken geläutet. Ja, ich weiß, danke. Mein erster Verein war der FC Thalhofen. Ich habe die Fritz-Walter-Medaille in Bronze gewonnen. Ich habe zwei Kinder. Ich habe 19 Tore für 18,60 gemacht. Mein erstes Bundesligaspiel. Kevin Vorland. Jetzt ist er. Ich bin Linksfuß. Ich bin gelernter Industriemechaniker. Ich wollte meine Karriere nach der Jugend eigentlich beenden, aber mein jetziger Trainer hat mich davon abgehalten. Das ist schwer. Ich habe einen. Ich glaube, ich weiß. Ich stand diese Saison in allen Bundesliga-Spielen. Der Herr Günther ist es. Hattest du ihn noch? Klar. Ich wollte noch warten. Ich wollte Robin vielleicht, aber... Ja, Robin Gursens hatte ich auch noch. Ich habe einen Bruder. Mein zweiter Name ist Julian. Mein Vater hat mich früher trainiert. Ich habe im Dezember Geburtstag. Ich habe einen Sohn. Ich habe bisher nur für zwei Vereine gespielt. Ich habe 70 Länderspiele. Mats Hummelt. Julian, der zweite Name. Das stimmt, Mats Julian. Das musst du wissen. Ja, schade. Ich bin in Weilheim geboren. Ich stand diese Saison bei 32 Spielen in der Bundesliga auf dem Platz. Ich bin 1,85. Ich habe diese Saison zwei Tore in der Champions League geschossen. Ich habe mein Abi 2008 gemacht. Hm. Ich habe in einer Serie mitgespielt. Drück mal. Ich habe einen im Kopf, aber... Ja, aber das ist doch... 2008 Abi gemacht. Okay. Meine Frau heißt Lisa. Ich habe bei der WM 2010... Thomas Müller. Das war schwach von euch beiden. Ja, er ist Bayern-Spieler, deswegen sind so Reibungen da. Das war echt schwach. Mein Vater hat auch in der Bundesliga gespielt. Ich bin 24. Ich habe mein Debüt in der Nationalmannschaft 2019 gegeben. Ich habe diese Saison kein Tor erzielt. In der Jugend spielte ich für Kaiserslautern. Robin Koch. Korrekt. 3-2, ne? Nee. Ich glaube nicht, oder? 4-2. Ich bin in Berlin geboren. Ich habe ein Länderspieltor. Bei meinem aktuellen Verein bin ich seit 2017. Ich weiß ganz genau, wer das ist. Ja, dann drück doch. Nee, nee, ich warte noch. Damit ich 100% sicher bin. Ich bin bei 85 gerade. Ah, okay. 85. Logisch. Ich habe mit Murata zusammengespielt. Nee. Ah! Toni Rüdiger. Nervös gewesen. Kann ich es überhaupt noch einholen? Ja, klar. Warte doch erstmal ab. Okay, sorry. Ich glaube, es sind aber nur 10 Fragen insgesamt. Deswegen muss ich jetzt schon punkten. Ja, klar. Sieben Punkte. Eins war falsch. Nummer 8. Also ich kann es noch einholen. Ja, okay, stimmt. Das ist logisch. Jetzt. Komm schon. Ich habe für Schalke in der Jugend gespielt. Ich habe mein Debüt in der Bundesliga für Nürnberg gegeben. Ich stand zweimal im Finale der Champions League. Ich hatte Corona. Ekel genug. Oh Mann, Alter. Jonas, gerade bist du ein bisschen wenig, gell? Ja, ja. Echt? Ich brauche nur noch wenig Fragen. Okay. Ich habe diese Saison 24 Spiele in der Bundesliga gemacht. Ich? Ja. Was ist das denn? Könnt ihr meinen zweiten Namen sagen? Dann weiß ich auch. Okay. Ja, 24 Spiele. Das musst du erstmal wissen. Wie in der Bundesliga hast du Spiele gemacht? 33. Ja, ja, ja. Ich wurde öfter eingewechselt. Na gut. Guck bitte. Wir sind durch. Das war's. Ja. Okay. Gut. Herr Hofmann? Jawohl. Glückwunsch. Du darfst einen raussuchen. Dankeschön. Ich überleg es mir dann. Wen ich fordere oder soll ich jetzt schon jemanden fordern? Du müsstest eigentlich jetzt direkt einen sagen. Lukas Kloster, Mann. Würde ich gerne fordern. Das ist eine Überraschung. Ja, okay. Ein Vereins. Ein Vereins-Mitspieler. Ja klar. Ein bisschen RB Leipzig nach oben bringen. Ja, klar. Kann man mal zeigen, wer ja intern auch der Bessere ist. Okay. In der Nationalmannschaft habe ich es jetzt schon gezeigt. Grüße an Patrick Herrmann. Ich bin der Bessere bei uns.